Freitags ist Sitzungstag und wir sind frisch aus der Kommission für Digitalisierung des Regionalrates Köln. Und ich möchte euch eine ganz kurze Zusammenfassung der heutigen Themen geben. Zunächst hat der Rhein-Berg-Kreis und auch die Stadt Leverkusen über ihr aktuellen Ausbauvorhaben, also den Breitbandausbau, berechnet. Und es ist schon sehr spannend, dass mittlerweile da viel mehr Dynamik drin ist, zum einen durch die Fördermittel und Förderprogramme. Die übrigens in Teilen auslaufen für die grauen Flecken, was so ein bisschen auch ein Problem ist aktuell für die eine oder andere Kommune. Aber die eine oder andere damit auch wiederum besser umgeht, weil es viel mehr Unternehmen mittlerweile gibt, die bereit sind, eigenverantwortlich auszubauen. Eigenverantwortlich ausbauen heißt ohne Fördermittel. Und es gibt da zum Beispiel Unternehmen wie die Deutsche Glasfaser, die das machen. Es gibt aber auch mittlerweile die Grüne Glasfaser, das ist ein Tochterunternehmen der Allianz Gruppe. Also es gibt mittlerweile nicht mehr nur die Telekom oder eine Vodafone oder eine Deutsche Glasfaser. Es gibt immer mehr, die sich nun überlegen, in diesem Markt aktiv zu bewegen. Es ist auch so, dass mittlerweile auch dank der Gesetzgebung auch darüber nachgedacht wird, Glasfaser nicht nur unter der Erde zu verlegen, was ein großes Problem für die Kommunen ist und auch für die ausbauenden Unternehmen. Denn Tiefbauunternehmen sind ein echtes Problem, denn sie sind alle ausgebucht und es gibt viel zu wenig. Heißt, dass man gerade im ländlichen Raum dann das Glasfaserkabel doch auch mal an die Pfosten mithängt, wo eh schon Strom und Telefonleitungen dran sind. Also eine sehr pragmatische Lösung wird nicht mehr kategorisch ausgeschlossen. Und das ist sicherlich für den Ausbau der grauen und weißen Flecken ein enormes, ja, Boosterprogramm, kann man ja so sagen. Ein weiterer Aspekt in dem Ausbau-Thema ist, dass die Kommunen und Städte enger mit den Providern zusammenarbeiten und gleichzeitig neutral bleiben, aber damit die Seriosität der Ausbauvorhaben unterstützen, weil zum Beispiel, ja, die ein oder anderen VermieterInnen oder auch die BesitzerInnen von den Immobilien natürlich ein bisschen skeptisch sind, wer baut da gerade, wie sieht das aus und da wollen die Städte und Kommunen jetzt auch ein bisschen enger mit zusammenarbeiten. Also es geht dort wirklich in gute Richtung, wie wir heute erfahren haben und das zeigt auch, dass die Kapazitäten hier zum Beispiel durch Gigabit- oder BreitbandkoordinatorInnen auch weiter gestärkt werden. Es gibt jetzt auch weitere Stellen zum Beispiel für MobilfunkkoordinatorInnen, damit auch hier die Abdeckung weiter verbessert und ausgebaut wird. Also hier gute Vorträge aus Leverkusen und dem Rheinbergkreis. Die Gigabit-Geschäftsstelle hat uns einen kurzen Ausblick und Überblick verschafft und da vielleicht nochmal der Hinweis, dass ihr in den Links zu diesem Video auch natürlich die gesamten Unterlagen zu dieser Tagesordnung von heute findet, die wir dort heute präsentiert bekommen haben. Schaut vielleicht in ein paar Tagen nochmal rein, weil manche Dokumente werden nachträglich erst eingepflegt. Wie gesagt, es geht voran im Digitalpakt Schule. Immer mehr Schulen greifen Fördermittel ab. Es gibt jetzt nochmal eine kleine Nachbieterrunde. Die grünen-schwarze Landesregierung hat hier aber auch noch weitere Mittel für das nächste Jahr in Aussicht gestellt. Es ist noch viel zu tun, aber es zeigt sich schon, dass so mittlerweile angekommen ist und immer mehr ein Überblick überhaupt besteht, weil den hatten wir ja noch im letzten Jahr doch sehr stark kritisiert, dass hier der Überblick schon alleine noch nicht so gegeben ist, wie er sich jetzt immer mehr festigt. In dem Zusammenhang hat dann auch Frau Klein von der Städtregion Aachen einmal die Mirodellregion Aachen vorgestellt, denn hier gibt es und gab es in den letzten Jahren einige Projekte, die sowohl Forschungsprojekte waren, als auch Testprojekte, die aber mittlerweile in den Regelbetrieb übernommen worden sind. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Die Stadt Aachen hat einen Kita-Kompass entwickelt. Hier in Köln ist man wohl auch schon in Gesprächen, diesen auch direkt zu adaptieren, weil es ist eine einfache App, die zum einen Eltern dabei hilft, mit der Kita oder vielleicht auch anderen Betreuungsgruppen zu interagieren. Beispiel, die Kinderbetreuung nach Ende der Kita-Zeit, dass man zum Beispiel im Nachmittag noch jemanden findet, der das Kind mal mitbetreut, zum Beispiel durch ein anderes Elternteil, soll durch diesen Kita-Kompass genauso unterstützt werden, wie das Kind vielleicht krank von der Kita abzumelden und auch die Kitas können damit mit den Eltern kommunizieren und damit zum Beispiel weg von datenschutzproblematischen Plattformen wie WhatsApp, die gerade praktisch überall eigentlich das Mittel der Wahl sind. Es gibt noch viele weitere tolle Ideen der Modellregion. Ich möchte die aber allein deswegen nicht wiederholen, weil es alleine eine Stunde Vortrag heute gab von Frau Klein, der enorm spannend war und sie hat ihn schon komprimiert. Wir überlegen vielleicht daraus, vielleicht mal eine eigene Veranstaltung zu machen und die Ergebnisse euch vorzustellen. Und das ist nochmal unsere Einladung. Tragt euch doch vielleicht mit in unsere Newsletter ein für die nächsten Veranstaltungen. Zu guter Letzt gab es eine Anfrage von uns und die bezog sich auf das Thema digitale Strategie der Bezirksregierung. Die Bezirksregierung ist ja eine Mittelbehörde, deswegen arbeitet sie dort eng mit dem Heimatministerium, das auch jetzt Digitalisierung mit übernommen hat, zusammen. Das war vorher beim Verkehrsministerium. Und hier passiert also auch viel. Es gab einige Punkte, die wurden nicht komplett beantwortet, aber durchaus schon, dass es dort immer mehr wirklich scheinbar Kompetenzen und Überblick überhaupt gibt und zumindest eine Entwicklung erkennbar ist. Wir haben das zum Anlass genommen, die Themen kritische Infrastruktur und Strategie uns nochmal im nächsten Termin vorstellen zu lassen. Das haben wir dem Vorsitzenden heute mit auf den Weg gegeben, dass das doch ein toller Vorschlag wäre, dass das ein allgemeiner Tagesordnungspunkt wird. Die Beantwortung zu unseren Fragen zum Thema digitale Strategie, insbesondere auch die Strategie von Schulen, findet ihr, wie gesagt, in der Tagesordnung mit der Beantwortung. Und dort zu guter Letzt dann auch noch einen Kritikpunkt. Wir haben nach der Strategie gefragt für Schulen. Schulen selber sind natürlich abhängig von den Schulträgern. Das ist ja dieses System, was sich so manchmal ein bisschen in den Schwanz beißt. Aber an der Stelle möchten wir erwähnen, es gibt neun Dezernate bei der Bezirksregierung und in unseren Augen sollte da schon eine Strategie entwickelt werden, weil wenn es ja Mittel gibt, Fördermittel, wenn es entsprechende Verantwortlichkeiten gibt, dann kann eine Strategie nur gemeinsam erfolgen. Und hier sehen wir noch viel Luft nach oben. So, das war's.